Hey Leute, hier ist wieder ein richtig witziger Filmfehler aus Two and a Half Man. Schaut mal gleich, wenn Charlies Handy vibriert und er drangeht. Das ist hier das erste iPhone-Modell. Fällt euch irgendwas dabei auf? Oh, hey, 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 Teddy. Wie geht's? Gut, mir geht's wunderbar. Ich stecke gerade in Geschäften. Ja, ich bin morgen zu Hause. Komm, komm, komm vorbei, wann du willst. Gut, bis dann also. Wer hat irgendwas gesehen?